Moin zusammen, ich bin heute nicht alleine, ich habe einen neben mir stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar den... Ich bin der Pascal und ich bin der Zimmermann. Pascal ist Zimmermann. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich schon erahnen, in welche Richtung es gehen wird. Es ist ein größeres Projekt geplant, was größtenteils hier von Pascal übernommen wird. Aber ich will ja auch ein bisschen was dazulernen und vielleicht die Fragen stellen, die normalerweise vielleicht von euch kommen würden. Das heißt, ich werde Pascal jetzt hier zu Beginn erstmal ein bisschen begleiten, ein paar blöde Fragen stellen, da musst du leider durch. Gut, also ich habe jetzt hier einige Werkzeuge vor mir liegen und Pascal kriegt jetzt unser Mikro und erzählt mal so ein bisschen, was die Grundausstattung ist. Die Grundausstattung sieht so aus. Wir haben erstmal eine Säge, um die ganzen Schnitte vorzunehmen bei dem Ab-und-an. Wir haben einen Winkel, um uns die ganzen Winkel aufzutragen auf dem Holz. Wir haben zwei Stemmeisen, um uns die Zapfenlöcher auszuarbeiten. Wir hätten dann natürlich noch ein Klopfholz, um natürlich dann auf die Stemmeisen draufzuschlagen. Dann noch einen kleineren Winkel, weil es dann einfach bei manchen Sachen ein bisschen entspannter ist, einen kleineren Winkel zu haben und nicht den großen. Dann haben wir hier noch für den einen oder anderen, der ihn vielleicht nicht kennt, einen Alpha-Winkel. Da kann man sich dann noch die Gradzahl einstellen, die man nicht nur 90 Grad hat, sondern 45, 35 und das Ganze geht bis zu 90 Grad hoch von 0. Da kann man sich das so ein bisschen einstellen. Das ist gerade, wenn man Streben oder sowas macht, auch von Vorteil. Das wäre so das Werkzeug, was man da so grob für benötigt. Okay, Dankeschön schon mal dafür. Jetzt hast du gerade Ab-und gesagt. Interessant, sag mal was, was ist der Ab-und? Ab-und ist einfach, alles am Holz anreißt und ausarbeitet. Abschnitte und sowas, jegliche Art von Abschnitten, Zapfenlöcher oder sonstiges, werden im Ab-und-Bereich, wird das dann ausgeführt, sodass man dann alles zugeschnitten hat und alles soweit fertig hat. Okay, das bedeutet, das Holz wird soweit vorbereitet. Das heißt, ja, sämtliche Arbeiten, dass wir, wenn wir vor Ort sind, auf dem Platz, das Fachwerkhaus, dann einfach nur noch zusammenstecken können. Wirst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, wie ich denn vor Ort dann erkenne? Da gibt es ja so ein paar Zeichen. Eins sehen wir schon da vorne, aber das machen wir lieber nochmal ausführlicher. Was ich sehr interessant finde, natürlich, wir haben hier alles ein bisschen größer. Also, wenn man sich hier den Winkel ansieht, der hat natürlich auch schon mal ein integriertes Streichmaß. Das heißt, da können wir schon mal ein bisschen Geld sparen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Zwei Geräte in einem. Was ich interessant finde, du hast jetzt hier, weil du natürlich so ein bisschen auf mein Werkzeug zurückgreifen musst, hier einfach eine Rioba geschnappt. Wie sieht es denn aus? Ist das auch im Zimmermannshandwerk oder überhaupt in der Zimmerei so ein Werkzeug, was jetzt Einsatz findet? Oder würdest du jetzt sagen, naja, was ist das jetzt hier? Ich glaube, das ist eine 280er oder 250er. Wir haben in der Regel 300er oder noch größere. Ja, wir haben also jetzt in der Ausbildung so bei uns. Selber war das auch so. Da hatten wir auch so welche in der Art. Natürlich benutzen wir auch Zugsegen. Vielleicht jetzt, wenn man jetzt in die größere kommt, gut, das ist ein kleines Modell jetzt. Da benutzt man die wahrscheinlich auch noch. Aber wenn wir jetzt größere Bauten machen oder sowas, sind solche Sägen dann nicht mehr, ja, braucht man dann einfach nicht mehr, weil man dann zu lange hin und her zieht. Und irgendwann hast du dann den Wolf und eine Sehnscheinentzündung. Und das wollen wir alle nicht. Ja, so ein Wolf. So ein nettes Tierchen. Jetzt tatsächlich mal eine Frage. Wir machen jetzt hier traditionelle Zimmerei. Das heißt, wir machen jetzt einfach so ein Fachwerkhaus, das wir bauen. Du wirst uns ein bisschen was darüber erzählen, was sind so die einzelnen Bauteile. Wir machen traditionelle Verbindungen. Man muss jetzt natürlich aber auch fairerweise sagen, so wie es im Tischlerhandwerk ist, das heißt, dass ich hier Schwalbenschonsverbindungen mache und alles per Handaushobel. Das ist in der Zimmerei ja auch nicht mehr der Fall. Das heißt, eigentlich so die traditionelle Schraubenverbindung, die wird jetzt auch immer mehr angewendet, oder? Ja, klar. Aber das Ding ist halt heutzutage, es gibt halt jetzt, damals hat man das gemacht, 15. Jahrhundert hat man die geblattet. Darauf gehen wir dann auch noch später ein. Dann hat sich das im 17. Jahrhundert gewandelt, dass man nur noch den Zapfen und Holznagel nimmt. Heutzutage ist es jetzt so erlaubt, zum Beispiel bei Kopfbändern und sowas, dass man sie jetzt auch in einem gewissen Schrauben bildet. Das sind drei Schrauben, die in einem gewissen Radius zum Holz reingeschraubt werden müssen, um halt Zug- und Druckkräfte aufnehmen zu können. Das war damals noch nicht so, geht es aber heutzutage auch. Also man wandelt sich so ein bisschen, weil halt natürlich auch heutzutage die Anforderungen ganz anders sind, von Dichtigkeit und sowas. Und da bietet sich das dann halt einfach an. Okay, also das ist schon mal ein ganz interessanter Aspekt, auch wenn wir natürlich immer, ja, also vor allem, wenn man durch so eine schöne Altstadt geht. Mir würde jetzt beispielsweise Wolfenbüttel, falls es jemanden kennt, einfallen, ganz viele Fachwerkhäuser oder auch Nürnberg. Muss man natürlich auch sagen, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Das heißt, moderne Gebäude sind in vielen Punkten dem natürlich auch überlegen. Gibt aber natürlich auch Bereiche, wo ein Fachwerkhaus durchaus seine Vorteile hat. Wir werden uns jetzt als nächstes mal eine Verbindung ansehen. Aber vorher hatte ich noch eine Frage, Entschuldigung, kurz dazwischen geschoben. Sind das jetzt hier die Werkzeuge, wenn ich sage, ich möchte traditionell das Zimmerhandwerk betreiben, also mir wirklich jetzt für die Zuschauer, ich sage jetzt mal ein Carport oder eine Gartenhütte, Holzlage, was auch immer bauen. Das sind die Werkzeuge, wo du sagen würdest, das reicht. Oder ist jetzt irgendwas bei, wo jetzt... Naja gut, dann halt noch ein Bohrer, um die Holznägel dann reinzubohren, beziehungsweise die Bohrung dafür vorzunehmen und eine Schraubzwinge, um halt gewisse Verbindungen nochmal zusammenzudrehen, um dann halt in den Winkel zu kommen, weil das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man da in den Winkel arbeitet, weil sonst verzieht es sich dann. Aber so alles, was wir hier liegen haben, damit könnten wir loslegen und starten, ja. Klasse, okay. Also da würde ich sagen, das ist ja sehr überschaubar. Das heißt, im Gegensatz zum Tischladen, wo wir erstmal in der Regel so mit 30.000, 40.000 Euro einsteigen müssen, können wir hier mit weniger Budget loslegen. So, das seht ihr mit einem kleinen Augenzwinkern, wir sehen uns jetzt hier die Verbindung an. Ich hatte zuletzt ein Video darüber gemacht, welche Verbindungen wir vor allem in der Tischlerei sehr häufig vorfinden und das war Schlitz und Zapfen, Schwalbenstanzverbindung und Gratung. Und natürlich gibt es auch in der Zimmerei so typische Verbindungen, die immer wieder auftauchen, eine besonders große Rolle spielen. Die werden wir uns alle nach und nach ansehen. Besonders häufig finden wir aber vor allem den durchgestemmten oder gestemmten Zapfen. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber gut, Zimmermann, der scheut sich ja nicht vor der Arbeit. Es gibt tatsächlich einige Details, vor allem hier dieser doch so unscheinbare Holznagel, der eine ganze Menge, ja, Finesse enthält. Und ja, am besten Pascal, erklär uns mal ganz kurz, worauf wir hier achten müssen. Ich denke mal Dritteln ist klar, aber so ein paar Unterschiede, ja, zu dieser kleinen Holzverbindung, die wir in der Tischlerei haben, gibt es dann ja doch. Ja, um das einfach mal zu sagen, wie du schon sagst, wie auch in der Tischlerei, dritteln wir das Ganze hier auch. Wird gedrittelt, wird dann ausgestemmt. Wie bei euch in der Tischlerei, du lässt das wahrscheinlich auch ein bisschen, das Zapfenloch ein bisschen tiefer als den Zapfen selber, um da noch Leim reinzubringen oder Andiris. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus, bei uns ist das Ganze ein bisschen größer, ein bisschen gröber. Deswegen, wir nehmen da so einen halben Zentimeter, um einfach Hebelkräfte, um da einfach die Druck wegzunehmen, nicht, dass sich das raushebelt oder sowas. So einfach war es das auch schon. Dann schneiden wir hier die Ecken ab, damit sich das da auch nicht weiter raushebelt. Und ja. Okay. Was ich jetzt interessant finde, wir haben jetzt hier den Zapfen unten noch links und rechts seitlich abgesetzt, im 45-Grad-Winkel. Kurze Erklärung, warum machen wir das? Das machen wir auch, weil Kettenstämmer, blenden wir euch ein Bild zu ein, oder halt normale Stemmeisen. Es ist halt schwer, unten in der Ecke ganz tief einen 90-Grad-Winkel reinzubekommen, das letzte Stück, was man dort wegstemmen muss. Das wird man nicht zu 100 Prozent schaffen. Der eine oder andere schafft es vielleicht im Tischlerbereich. Aber die Zimmermänner, da nehme ich mir nicht so viel Arbeit. Da schneide ich dann einfach den Zapfen oben, die Ecke schneide ich einfach unter 45 Grad ab, um das halt einfach zu hier vernünftig unten in der Ecke passt. Und da halt keine Luft ist, das nicht klappert und nicht hin- und herwirbelt und das schön stramm sitzt. Okay, dann zeigen wir uns mal kurz, wie stramm das Ding wirklich sitzt. Einmal reinschlagen. Na okay, das sieht schon stramm aus. Als nächstes wird der Holznagel jetzt eingetrieben. Ich sehe schon, der sieht ein bisschen spezieller aus. Ja, das hat doch alles seine Gründe. Wie gesagt, der ist viereckig, um halt einfach in dem runden Bohrloch hier selber noch ein bisschen Spannung aufzunehmen und die Verbindung noch mehr zu befestigen. Hier kann das Wasser jetzt so weglaufen, kann hier nicht drauf stehen bleiben. Das kann nicht anfangen zu gammeln und so ist es richtig. Wenn nicht in der Zimmerei, wo sonst ist natürlich konstruktiver Holzschutz eine ganz wichtige Sache, wenn man vielleicht beim Gartentürchen noch denkt, naja komm, nach 20 Jahren hat er das hinter sich, muss man sich überlegen, in so einem Fachwerkhaus jede Menge Ressourcen, jede Menge Arbeit, jede Menge Geld und da ist es natürlich ärgerlich, wenn da ein junger Zimmermann an einer Stelle mal den Nagel richtig gedreht hat und eine komplette Etage deswegen ausgetauscht werden muss. Wenn man es richtig macht, dann ist es tatsächlich möglich, auch Fachwerkhäuser, die 500, 600 Jahre alt sind, herzustellen. Damit wir so ein Fachwerkhaus überhaupt herstellen können, müssen wir natürlich auch vor Ort überhaupt wissen, wir haben den Abrund gemacht, wie wird das jetzt zusammengebaut und wenn ich jetzt als Tischler auf eine Baustelle komme und sage, naja, das ist doch eine Zarge und das ist eine Traverse und dann gibt es noch eine schräge Traverse, der Zimmermann lacht schon. Erklär uns mal ganz kurz, was es hier alles gibt. Starten wir nun also mit der Schwelle. Die Schwelle ist das Holz, was auf dem Mauerwerk aufliegt. Darauf achten, dass ihr da so eine Sperrschicht reinzieht. Die Sperrschicht ist jetzt nichts weltbewegendes, könnte heutzutage einfach ein bisschen Dachpappe nehmen, aber haben die damals nicht gemacht. Und deswegen ist die Feuchtigkeit vom Mauerwerk oder dem Erdreichtort runter hochgezogen, hat die Schwelle aufgeweicht und es gibt nichts Ärgerliches, als im Nachhinein so eine Schwelle auszutauschen. Das ist eine Menge Arbeit und ich denke mal, das wollen wir alle nicht. Kommen wir nun zu den Pfosten. Die Pfosten selber sind dafür da, um die Last, die von oben kommt, abzutragen auf die Schwelle und dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht ineinander einknickt. Dann haben wir als nächstes die Diagonalen. Die Diagonalen sorgen dafür, um die Windkräfte einfach abzufangen, die auf das Haus wirken und da einfach die Kräfte abnehmen können. Dann können wir dazu noch Riegel zu den Diagonalen selber stellen, die dann dafür sorgen, dass die Hebelkräfte auf die Diagonalen selber nicht so groß sind, dass sie sich nicht aus den Zapfen wieder raushebeln sollten, um da so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Dann haben wir das Rehm noch, wo die Balkenlage dann drauf aufliegt für die neue Geschosshöhe und somit haben wir dann auch im Groben und Ganzen alles, was wir so benötigen. Pascal hatte schon angedeutet, bei den Gefachen vor allem, was wurde da für ein Material verwendet. Man hat natürlich auch immer ein bisschen geschaut, was habe ich denn überhaupt zur Verfügung. Kann ich für die Balken überhaupt Eiche nehmen? Habe ich bei mir nur Kiefer? Dann wird es wahrscheinlich eher Kiefer. Kennen wir auch so von der Tischlerei, dass je nachdem, in welcher Region man gelebt hat, natürlich auch das Holz verwendet wurde, was man hatte. Bei den Gefachen könnt ihr euch vorstellen, Lehm hatte man wahrscheinlich eher zur Verfügung als Mauer und das ist natürlich auch nochmal viel mehr Arbeit, viel mehr Kosten damals gewesen. Also das immer so ein bisschen berücksichtigen, was hatte man vor Ort und das hat man dann genommen. Man war nicht so wählerisch, da gab es nicht irgendwie einen Baumarkt, wo man gesagt hat, lass uns Steine nehmen, lass uns Lehm nehmen. Auch kein Holzhandel, wo man hingefahren ist, gib mir mal hinten bitte da den Nussbaum oder die Arche, sondern was halt da war, was im Nachbarsgarten oder im eigenen Umgefallen ist, wurde verwendet. Gut, jetzt haben wir uns hier lange genug vom Arbeiten gedrückt. Gut, ja, ich würde sagen, wir legen los. Du hast das Ganze hier geplant. Eigentlich ist alles, ja, nur ein bisschen kleiner gemacht worden. Pascal hatte gerade schon erwähnt, wir müssen so ein bisschen auf die Statik achten. Ein paar Punkte werden vielleicht hier und da vernachlässigt, weil es ja auch ein bisschen kleiner gemacht wird, oder? Gut, alles klar. Dann, ja, bist du ab jetzt hier der Bauleiter, würde ich sagen, mein Vorarbeiter und was müssen wir machen? Ja, wir gehen jetzt bei und werden jetzt eine Wand bauen. Da werden wir uns zwei Hölzer zuschneiden, einmal die Schwelle, einmal das Rehm. Dann werden wir uns die Ständer grob ablenken, dann werden wir uns die Riegel grob ablenken. Natürlich beim Ablenken nicht vergessen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte die und die Höhe haben. Ihr müsst natürlich die, ich sage jetzt einfach mal, vier bis fünf Zentimeter, die Zapfen natürlich mit draufrechnen. Nicht, dass ihr das abschneidet bündig und dann reinstellt und sagt, oh, da fehlen jetzt aber noch vier Zentimeter. Das wäre dann der Zapfen gewesen. Also bei der Länge dann nochmal, sagen wir mal, acht Zentimeter nochmal draufgeben. Dann habt ihr vier Zentimeter für jeden Zapfen. Das sollte dann bei eurem Maß, was ihr euch dann da ausrechnet, sollte das dann stimmig sein, dass man das nicht vergisst. Das wird sehr oft vergessen. Okay, das heißt jetzt irgendwie so eine große Domino oder weiß ich nicht, Riesendübel da reinkloppen ist nicht. Nee, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch Tischlern so macht, aber bei uns ist das nicht so gang und gäbe. Also wird das schon strammer, Zapfen reingekloppt, dass das schön sitzt und dann Holznagel und dann passt das. Dann passt das. Okay, gut. Ich mache mir einen Kaffee und du machst das alleine? Ja, ich mache einen Kaffee und du machst das alleine, dachte ich. Weil das ist immer was Neues für dich. Okay, alles klar. Also ich würde sagen, wir teilen uns auf. Ja, Zapfenlöcher ist jetzt wahrscheinlich wie immer das Nervigste. Komm, zeig den Leuten kurz, wie das per Hand geht. Ich mache das im Hintergrund schnell. Ich glaube, ich kann das schneller als du. Ja, okay, okay, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Bevor wir jetzt ans Anreißen ausarbeiten gehen, gehen wir jetzt bei und gucken uns das Holz, gucken einmal lang runter, um einfach zu gucken, welche Seite sieht am besten aus, woran können wir am besten anreißen. Weil die Seiten des Holzes sind nicht immer gleich. Bei der einen geht die Faser vielleicht so, dann ist da ein bisschen eingedrückt, dann sitzt da ein Ast, wird ein bisschen breiter und schmäler. Dass wir aber, wenn wir winklig anreißen wollen, immer von einer Seite anreißen wollen. Wir Zimmermänner markieren uns das mit dem Bundzeichen, heißt das. Das sind so zwei Halbkreise, die so zusammen sind, damit wir wissen, von dieser Seite reißen wir immer an. Also damit gehen wir immer von unserem Maß, dass das immer alles stimmig bleibt und immer alles gut aussieht. Wir haben jetzt unsere Bundzeichen dran gemacht, jetzt gehen wir bei und tragen uns das alles an. Anreißen heißt das auf dem Holz. Da die Schwelle und das Reben die gleiche Länge haben und die Zapfenlöcher oben und unten gleich sind, lege ich die nebeneinander, beziehungsweise so nebeneinander, drehe die mit der Schraubzwingung zusammen. Gucke vorher natürlich erst, dass die Enden gleich sind, also dass die nicht versetzt sind, die einen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen kürzer. Dann gehe ich bei und werde das mit dem Zimmererwinkel anreißen, deswegen brauchen wir kein Streichmaß oder sowas, weil wir hier schon vorgegebene Löcher haben. Hier haben wir immer den Zentimeter und den halben Zentimeter, also immer ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter und dann zwei Zentimeter, damit man sich das schön anreißen kann. So, da gehen wir jetzt bei und reißen uns das einfach mal alles an hier. So, da gehen wir noch mal kurz zur Information. Jetzt bei den Zapfen am Endbereich, also an der Ecke, dass ihr die nicht komplett ausarbeitet, dass ihr die ächselt. Ächseln heißt für euch im Umkehrschluss, dass man entweder von beiden Seiten rechts und links ein bisschen was wegnimmt oder man schneidet die Hälfte des Zapfens ein und stemmt die dann weg, sodass nur noch der halbe Zapfen stehen bleibt. Und der wird dann hier in das Zapfenloch, was dann zur Hälfte hier eingearbeitet wird, reingesteckt, dass man den Zapfen von außen nicht mehr sieht. Und der wird dann hier in das Zapfen von außen nicht mehr sehen. und er hat es claiming, dass man die Klarnrucke, wie man den Zapfen von außen nicht mehr sieht. Aber erst kommt einer in das Zapfen Hälfte, nochwaukee 교Mark, Vega Lowermanính, Maced Art. Und jetzt wirklich, wie man gehört, dass man ein Sapfen mit恣 So, ihr seht ja jetzt hier die Striche. Das hier ist der Zapfen, der stehen bleibt und das hier ist das, was weggeschnitten wird. Das wird dann später in das geächselte Zapfenloch, das wird nur auf den Ecken gemacht, also nicht überall so. Und dann wird das da reingesteckt. So, wir gehen jetzt bei und bauen die Diagonalen ein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich das auszurechnen. Denn einer dafür ist der Satz des Pythagoras. Wir können aber auch beigehen, weil es ist eine Hundehütte, es ist jetzt nicht riesengroß. Einfach nehmen das Holz, legen uns das hier vor, schrauben uns das hier fest, machen uns hinterwärts die Striche ab, schneiden die Striche ab, setzen das dann hier rein, passt. Diagonalen, es gibt einmal die Diagonale, die sich hier an den Pfosten, also den Eckpunkten festmacht, die sich hier rein stützt und hier rein stützt. Dann gibt es die Diagonale, die den Versatz hat, die dann hier gestoßen wird. Da kommen dann noch Riegel zu. Das habe ich mir hier bei dem, habe ich mir das hier gespart, weil das auch irgendwann Pillefits wird. Hier habe ich es gemacht. Wenn ihr aber zu den einzelnen Streben oder zu den Funktionen, zu den Schnitten noch mehr wissen wollt, dann bitte einfach in die Kommentare unten reinhauen. Dann würden wir dazu nochmal ein explizit einzelnes Video machen, das auch ihr da im Bilde seid. Ja, hat auch ganz gut funktioniert. Im Gegensatz zu sonst haben wir heute mal ein bisschen gearbeitet. Das heißt, Zimmermann und Tischler, wir können wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein bisschen zusammenarbeiten. Harmoniert. Vielleicht muss ich hier und da auch ein bisschen zuarbeiten. Ich habe gehört, da muss irgendwie noch eine Tür rein und ein Fenster und so. Sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Aber soweit sind wir noch nicht. Ganz kurz darauf einzugehen, der Pascal sagt des Öfteren mal ächseln. Ich kenne das als Ausklinken. Ist wahrscheinlich auch je nach Gewerk oder Region, wo man gearbeitet hat, auch mal unterschiedlich. Ich hoffe, das war für euch jetzt erstmal grundsätzlich alles verständlich. Ist natürlich viel an Informationen, was wir hier versucht haben in ein Video zu packen. Zumindest in der ersten Etage hoffe ich, dass wir viele Fragen beantworten konnten. Haben das ja auch versucht mit den grafischen Einblendungen. Wie geht es jetzt weiter, Pascal? Also Türe hatte ich gerade schon gesagt und Fenster. Aber wir müssen ja wahrscheinlich erstmal dafür sorgen, dass der Regen hier den Hund nicht allzu nass macht, oder? Ja, wir gehen dann als nächstes bei. Das nächste Kapitel wäre dann die Balkenlage, die wir dann rauf machen mit Eckstichen und so weiter. Danach wäre dann das nächste das Dach, damit es wirklich nicht mal reinregnen kann. Dann würden wir beigehen und noch die Gefache mit Lehm und Sträuchern auskleiden, sodass auch die Dämmung gewährleistet ist, dass es halt im Sommer drinne kühl ist und draußen warm, dass der Hund sich da freut und da gerne reingehen kann. Und dann wird draußen noch ein Balkon gebaut und dann wäre das soweit fertig. Aber der nächste Schritt wäre dann jetzt erstmal die Balkenlage, ist korrekt. Ja Hut ab, ich glaube der Hund wohnt hinterher besser als ich. Also ihr seht, hier kommt eine ganze Menge auf uns zu, Oberflächenbehandlung ist ja auch noch so eine Sache. Und dann werden wir wahrscheinlich noch herausfinden, dass der Pascal nicht nur Zimmermann ist, sondern auch noch, wo er schon mal dabei war, ein anderes Gewerk gelernt hat. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Kritik, ob ich hier mit dem Pascal das so verständlich rübergebracht habe oder halt eben nicht. Pascal hat noch ein gutes Buch, was er empfiehlt. Da schreiben wir euch die ISBN-Nummer unten mit rein. Und vielleicht stellt ihr das auch noch mal ein bisschen ausführlicher vor, je nachdem wie da euer Interesse ist. Letzten Worte hast du. Ich möchte zu dem Outtick, was jetzt gleich kommen wird, sagen, dass ich eine leichte Verletzung im linken Zeh habe. Und den Rest seht ihr dann. Ja, ich möchte mich auch noch mal bei euch bedanken über die Resonanzen des letzten Videos. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie der liebe Dominik schon angemerkt hat. Ich hoffe, wir konnten da die ein oder anderen Fachfragen so ein bisschen beantworten und euch so ein bisschen auf den richtigen Weg führen. Nichtsdestotrotz freue ich mich aufs nächste Video und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß und bis bald. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Fertig? Ja. Scheiße! Aber man muss ja schon sagen, der Unterschied, ne, hier ist grob reingefressen und bei dir ist echt, also du musst schon sagen, Hut ab. Aber nimm mal den. Ja, den ersten habe ich mit dem gemacht, also, ne, das ist, weil da klopfst du dich tot. Revant, Revant. Vielleicht hast du heute gewonnen, aber wir machen nochmal ein anderes Ding. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.